Das meist benutzte kyrgyzische Musikinstrument ist das, heißt Komus. Es gibt drei Arten von Komus, man macht das vom Wacholderholz, Walnussholz und Aprikosenholz. Und diese drei Seiten sind von Innereien vom Schaf. Die nächste Melodie ist über die Reitspiele, was wir hier haben. Was wir heute angeschaut haben. Verschiedene Spiele beim Reiten. Musik 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 Hoppa! 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 Hoppa!